Auf eine unfaire Art angefeindet werde ich wirklich ausschliesslich von fremden Männern im Internet. Die feindet mich sehr deutlich an. Aber Feministinnen, die in einem hässigeren Ton kämpfen wie ich, ich glaube, wir verstehen das alle als Formen von Solidarität, dass wir in unterschiedlichen Tönen kämpfen. Laurie Penny, eine britische Autorin, schreibt das auch. Sie hat einen wahnsinnig hässigen Stil. Sie ist so hässig. Und sie schreibt selber, dass sie wahnsinnig froh ist um Leute, die lieber einen Ton drauf haben. Und genau so bin ich froh um Leute wie sie. Oder z.B. um eine Person wie Tamara von Iccello, die gegen Leute antritt, die wirklich 24-7 hässig werden.